Das ist eine super Seite. Super. Super Sache, super Seite. Super Seite, super Seite, super, super, super Seite. Die Popherze fliegt direkt vor mir. Ich frage mich, wohin mit dir? An den Jinn flitze ich ran, der ist gesperrt. Mann. Das ist ja mal was ganz Neues. Oh, er kommt zu mir. Oh, der Jinn ist auch gesperrt hier. Ja. Das ist alles so sperrig hier heute. Was ist das? Was soll das? Ist hier ein Totem? Was man... Sag mal, und das da am Horizont, dieses... Nicht am Horizont, sondern oben. Oben. Ja, das ist jetzt hier das Halloween-Event, oder was? Nennen Sie doch auf, mich so etwas zu fragen. Oh, wie ist er hier? Aber es ist einer mit normalem Herzschlag? Ja. Oh, ist der Clown vielleicht? Jemand hat geschrien... Nee, ist der Fallensteller, oder? Nee, aber... Nee, ist der Clown. Ah, der hat seine Stinkebombe geworfen. Ja. Oh, nee. Der soll so schwach sein. Ich finde den voll nervig. Ich gehe rein, in die Hütte. Scheiße! Alles klar. Uh, uh. Mann! Oh Gott, ich glaube, ich bin schon down. Scheiße! Hallo! Halt dich hoch? Ich verpiss mich hier erst mal. Hab meine reingedrückt? Versteck dich. Das muss ich doch machen. Du hast es ja nicht. Nee, der hat mich... Scheiße! Mann sieht der Kacke aus. Ja, der hat richtig die Wurst im Gesicht, Alter. Der hat zu viel Hefewurst gegessen. Ja, der ist so... Ist dir das wie ein Teufel, oder so? Oh, Corona! Ah, du, Alter! Weil du losgelassen hast. Er zertritt den Jen neben mir und geht... Rein wahrscheinlich. Gegen Kürbis. Hier bei uns rein wahrscheinlich. Ja, er geht Richtung Main. Ja, er geht rein. Er geht rein. Ja, da oben hat es nicht mehr. Er geht wieder raus. Er geht wieder raus. Er ist wieder bei mir. Er ist wieder bei mir auf dem Hügel. Er ist immer noch bei mir auf dem Hügel. Er schmeißt hoch. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Die Zeit müssen wir nutzen. Natürlich. Einfach Jens machen. Ja. Wenn, dann müssen wir uns zu zweit angreifen. Nee, vergiss es. Ja, sie rettet dich. Sie versucht. Nein, das kann sie lassen. Ja, aber wenn, dann zu zweit. Anders wird es nichts. Einer muss tanken, der andere muss retten. Oh Gott, ihr rentt echt hier hoch? Nee. Really? Rettet sie hoch? Ich komme von der anderen Seite. Ich wollte ihn einfach weglaufen, aber vergiss es. Er ist hier. Er sieht dich. Das ist doch nur ein Tausch. Tausch, ist egal. Ist egal. Dann tausch mal halt. Aber du wärst jetzt nicht tot gewesen. So eine, so ein elendiges Wurfgesicht. Ja, aber wir hätten halt einfach die Zeit, wo du wirklich, ähm, jetzt er verfolgt euch, er verfolgt dich, prinzipiell. Mich? Nee, die andere. Nee, die andere. Jetzt könntest du mich retten. Der andere wird aufgehoben. Aber ich bin einfach woanders. Nee, bist du nicht? Doch. Ach doch, die andere rettet mich. Ja, ist gut. Ah, der trägt mich immer her. Der trägt sie her. Keine Ahnung, was erzähle ich da. Irgendwann muss ich mich retten. Der war, rette die dich jetzt oder nicht. Baller meine Kisse hier rein. Hau rein. Jetzt geht Ballerus. Ja, du kannst ja deinen Stinkeflasch hier in der Tasche laschen. Laschen. Du weißt ja, wo ich bin. Ich geh retten, Adar. Nein, du gehst nicht retten, du kommst zu mir, wir heilen. Nee, jeder ballert einen Jen durch in der Zeit, wo die da ist. Hier, die zappelt. Der ist bei ihr. Jeder ballert einen Jen durch. Und dann noch einen und rett mal zusammen. Warum hab ich Herzschlag? Der darfst mit seinen Sprung. Echt? Nein, ich hab Herzschlag. Das ist schlecht. Aber sie wackelt. Ja, aber jetzt hier bei mir. Er ist hinter mir her. Er hat mich gehalten, dann bin ich tot. Dann geh ich retten. Warum wackelt die denn dann? Ja, keine Ahnung, was das soll. Alter, das ist ein Fail, Alter. Warte, dann mach ich erstmal meine Glühve. Lässt er dich liegen? Irgendwie ja, aber er steht auf mir. Nee, jetzt hebt er mich auf. Also ganz ehrlich, dass die da rumwackelt, das ist schon übel. Ja, allerdings. Bei permanentes Wackeln heißt er ist da. Ja, eben. Leute, wackeln heißt Killer da. Meine Güte. Ach, Lios. Das tut mir leid. Er hat dich einfach abgefarmt. Ja. Ist so. Oh, da ist er. Da oben links. Da kommt er. Kommt der zu mir. Stinke Hubert, kommst du zu mir? Stinke Bill. Er ist hinter. Virtual Heaven hinter. Und machen die anderen auch ein Gen irgendwie? Nö, Nancy rennt rum. Nancy geht an Jen, ja. Weil da hinten habe ich noch einen, der war sehr weit. Ja, ich hatte auch einen, der relativ weit war. Baller mal einfach mal ein bisschen durch. Hast du den fertig gemacht ist oder nicht? Oh, der hat Ruinen, glaube. Ja, ja, der ist fertig. Das wäre schlecht. Nee, der hat keinen Ruin. Dann hätte ich für das Zeichen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der ging zurück. Oh, T-Bek gehen. Sie hält ihn gut hin, muss man sagen. Ja, echt. Aber sie schreit auch ziemlich wild. Ja, weil er sie halt da und anwirft. Scheint nicht viel zu bringen. Nö. Zack, alle raus. Die andere ist auch gleich fertig. So, ich habe jetzt drei Gens gemacht. Da ist immer wer anders dran hier. Kein Bock mehr. Big time event. Nö. Noch einer. Äh, war ich nicht um Krüger. Oh, er ist hinter Nancy her. Was gerade den Gen gemacht hat. Nee. Ich weiß es nicht. Die andere ist auch da in der Nähe. Nur du nicht. Nö, ich habe die Rücken runter. Mach ich den, ne? Boah. Ja, das war meiner. Mach ich den. Bist du gut. Ich war da auch nicht gegengetreten. Nee. Nee. Dann war meiner echt nicht so weit. In meinem Hirn hat ich abgespeichert fast fertig. Jetzt hinter Nancy her. Also weiterhin. Weiterhin hinter Nancy. Nancy. Zieh die Palette. Jawohl. Und dann blendet den noch sehr gut. Geil. Die andere hat Adrenalin. Alter Adrenalin. Gleich wieder geheilt hier. Zack. Das ist natürlich geil. Hallo. Oh, gesperrt. Was? Der Eingang? Ausgang? Ja. Dann hat er keinen Ausweg, ne? Oh, die andere stellt es auch gerade fest, dass es gesperrt ist. Wo bist denn du im Schrank? Oh Gott, Schatz. Ist das schlecht oder was? Weiß ich nicht. Ist es nah am Ausgang der Schrank? Ja, da ist er ja. Da war er gerade. Der Killer ist weg. Ja, ich habe es gesehen, wie er es da langsam ist. Oh, er ist bei einem anderen. Ich merke es. Natürlich nöt. Natürlich. Okay. Alles. Auf Rettung. Das wird eine Rettungsmission. Okay. Wo zur Hölle ist dieses blöde Scheißding? Kann ich sie retten? Nee. Ich würde das Tode mal suchen und einen Ausgang halt ab. Naja, wie soll ich es denn auch machen? Ich habe so eine... Oh, wie viele Steine sind hier? Ich weiß auch nicht, wie du hier rumläufst. Er ist nicht bei... Oder? Er ist bei den anderen. Ich würde halt das Tode mal nicht ganz aufmachen, gell? Nee, aber... Das wird natürlich die absolute Rettungsmission. Das ist klar. Da ist es. Hast du es? Oh ja, sehr gut. Da entweicht dein Furz, Alter. Du fetter Fett-Clown. Du stinkendes Würstchen. Du furzt in deine Flasche. Ich würde nicht die retten, die am Haken hängt, weil die... Die rette ich. Nee. Die hat sich ja schon sterben lassen. Brauchst du das? Ja. Los, zieh! Zieh! Oh! Oh, warum rennen sie jetzt nicht? Sie hält sich die Nase zu, anstatt sie lebt! Yes! Hört im Nehmen, Alter, Lappen! Das hast du gezogen? Wie bist du denn? Du Stinkefurz! Wie geil bist du? Du stinkst der Hüttenkäse! Und wenn ich sterbe, ist mir das egal. Zack! Oh, oh. Wie geil war denn das, bitte? Mach auf und hau ab! Mach auf und hau ab! Du kannst aufstehen! Du kannst aufstehen! Mach das doch! Das dauert zu lang! Das dauert zu lang! Ja, weil du doch 10 Meter weiter kriegst! Ja, aber das dauert zu lang! Das dauert zu lang! Scheiße! Mein Leben für wen anders! So bin ich! So ist mein Leben! Das war eine erfolgreiche Runde! Ich habe alle Gents gemacht! Ich habe mich ausgetrickst! Ja! Also wenn die mir jetzt nicht schreibt, die ich da gerettet habe, und dieser Arm mir gewidmet ist, dann weiß ich auch nicht. Ich erwarte jetzt hier echt eine Huldigung, eine Verneigung vor meiner Ehre. Ich hätte abhauen können. Da, die meisten Punkte. Mehr als der Killer. Ich glaube, da kann man gar nichts mehr zu sagen. Nee. Einfache Stille. Einfache Stille. Untertitelung des ZDF für funk, 2017